Sie trinken allein? Am liebsten. Und was haben Sie so vor der Zeit? Wissen Sie, Heather, noch einer von denen und ich erzähl's Ihnen vielleicht. Oh, dann geb ich einen aus. Das Übliche. Nochmal dasselbe. Ja, Miss Hopper. Ach bitte, die Gerüchte hab ich doch gehört. Zeigen Sie mir, dass Sie noch dabei sind, tapfer im Gefecht. Komm, Sie reiben Sie's mir unter die Nase, flüstern Sie mir einen Film zu, den Sie heimlich geschrieben haben. Vielleicht hab ich ja davon gehört. Vielleicht haben Sie das.